Auf einmal. Oh, scheiße. Wir fahren nochmal. Team ändern. Team wechseln. Team wechseln. Auf diesen komischen... Aufs Komma. Ah, Nibu. Ja, okay, genau. Auf Komma. Ja, hab ich schon gesehen. Und, äh, wir sind eh weniger. Also von daher. Ja, weißt du, da ist doch noch ein Pack-Shop-Pack drauf. Ich bin hinter dir. Ja, dann hast du noch was drauf. Siehst du mich hinter dir? Ja. Gut. Guck mal, was ich schon für schöne Arbeit geleistet hab in unserem Team. Ja. Alles in einem Leben. Scheiße. Der hat mich voll'n Headshot... ...ein Headshot gekillt. Loll. Äh... ...dieser Rambo... ...dudududu... ...hät sie da ja schon jemanden haben, Alter. Ja. Und ich hab' diesen Rambo gezogen. Alle unterliegen dem... ...nick, folg mir so weit kannst. Wo bist du denn du? Äh... ...ich bin in... ...also warte, ich bin jetzt am Spawn. ich bin an diesem komischen Haus hier was mein Haus war also bist du da kannst du von dir aus noch dieses Schloss sehen also unser großes Schloss ne ok ach da wo mal 1 war gehen wir einfach in die da wurde da wo das blaue Artefakt ist geh mal dahin also das von uns wir genau bewegt dich immer dahin ich bin dahin also ich bleib da meins also im blauen Artefakt beim blauen Artefakt ja ja beim blauen von uns du gehst doch direkt in die falsche Richtung ich seh dich du gehst ja grad hierhin so hoch du musst hier ins Wasser tunieren ja andersrum direkt in die andere Richtung genau geradeaus genau ich bin der hier im Wasser der zu dir ist ach da ja und hier ist das blaue Artefakt das Wasser und der nächste gefehlt ich zieh und alle Arbeiter ich hab euch gut gelassen und der nächste ist tot man muss hier erstmal rein kommen in das Spiel wenn man es eben nicht gespielt hat ach es geht so in diesem Bügel verteidigen wir wo bist denn du? ach hier was du immer mit der SMG will ach scheiße oh scheiße guck mal ich bin der Entremute oder? für meine sonstigen Leistungen ja ähm ich komm jetzt wieder zu dir du bist vor mir äh wollen wir ja ja können wir machen welchen? äh wie nennen wir den mal? äh Elite wie nochmal eingeben wenn man Squad rein will? Elite wie ich meine um Squad zu machen y hä und denn äh slash ja squad sqqa d ja und denn leertaste Elite e groß ist das ist das drin? ja bei mir nicht ich habe aber eingegeben y schrägstrich was? schrägstrich ja bei mir nicht ich habe aber eingegeben ja ja kannst du schneller reden äh o u d s q u a d also ich habe es halt geschrieben denn E-Liter E-L-I-T-E ja genau D groß ich habe mich vorhin verschrieben anscheinend nö ja jetzt bist du drin drin ich habe das Ding gebucht drin ok ey 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 warte wurde gerade ge- ey da hinten ist jemand wie kann der mich von da hinten aus sehen du wirst doch eh bei mir respawnen und feier mach dir keine Sorgen leuchten zu hacken also wir sind weg jetzt gehts wieder leuchten leuchten 30 Sekunden zum respawn was ist das denn wirst du noch am leben nee ich habe auch 30 Sekunden um dich warten wie lange jetzt noch 8 7 6 5 4 ok dann bist du als erstes da denn ich bin hier ja genau hier ich bin vor dir so wir müssen uns irgendwo einrufen hören weil loslaufen wird wir sind zu viel ich werde immer zurückgesetzt wenn ich laufe jede Sekunde werde ich zurückgesetzt ich auch na höchlich jede ist jetzt übertrieben aber ich werde manchmal zurückgesetzt so bei blauen Artefakten 22 Sekunden